Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der nächsten Zuhörerfrage. Vielen Dank für die Frage, welche im heutigen Podcast beantwortet wird und dein Engagement, aktiv an diesem Podcast mitzuwirken. Ich wurde gefragt, ob ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann, in der wir über die Rückrechnungsmethode sprechen. Natürlich spreche ich auch dieses Thema sehr gerne an, also lasst uns direkt ins Thema einsteigen. Die Rückrechnungsmethode ist ein Verfahren zur Erfassung des mengenmäßigen Materialverbrauchs, auch Verbrauchsmengenerfassung genannt. Sie ist ein Teil der Kosten- und Leistungsrechnung. In der Kosten- und Leistungsrechnung gibt es drei Methoden. Die Inventurmethode, die Fortschreibungsmethode und die Rückrechnungsmethode. In den letzten beiden Podcast-Folgen haben wir uns bereits mit der Inventurmethode und der Fortschreibungsmethode beschäftigt. Hört euch gerne diese Folgen noch einmal an. Heute beschäftigen wir uns wie gesagt als nächstes mit der Rückrechnungsmethode. Die Rückrechnungsmethode wird verwendet, um anhand der hergestellten Mengen eines bestimmten Produktes im Nachhinein den Materialverbrauch festzustellen. Die Ermittlung des Verbrauchs erfolgt auf Grundlage der Sollverbrauchsmenge bestimmter Materialien für ein bestimmtes Produkt. Die Rückrechnungsmethode wird auch Retrograde-Methode oder Rückrechnungsverfahren genannt. Wie wir bereits in der Podcast-Folge Nummer 5 zu dem Thema Inventurverfahren festgestellt haben, können Unternehmen laut § 241 Absatz 3 HGB den Tag der Inventur bis zu drei Monate vor und zwei Monate nach dem Bilanzstichtag verlegen. Um diese verlegte Inventur durchführen zu dürfen, muss das Unternehmen sicherstellen, dass der Bestandswert zum Abschluss des Geschäftsjahres durch ein geeignetes Verfahren wie zum Beispiel der Retrograde-Methode oder der Fortschreibungsmethode zuverlässig ermittelt wird. Kommen wir nun zum Unterschied zwischen der Rückrechnungsmethode und der Fortschreibungsmethode. Wie im Podcast Nummer 7 besprochen, wird der Materialverbrauch bei der Fortschreibungsmethode mithilfe von Materialentnahmescheinen ermittelt. Der Verbrauch entspricht hierbei also den Entnahmen aus dem Lager. Zudem ist der Verbrauch nach Kostenträgern und Kostenstellen ermittelbar. Beim Rückrechnungsverfahren wird der Materialverbrauch anhand der Stückzahlen der hergestellten Halb- und Fertigerzeugnisse ermittelt. Die einfache Formel für die Retrograde-Methode lautet Materialverbrauch gleich Anzahl hergestellter Einheiten mal Sollverbrauch pro Einheit. Hier nun ein Beispiel für die Rückrechnungsmethode. Ein Hersteller von PKWs benötigt für die Produktion eines bestimmten Fahrzeugs immer 30 Schrauben der Größe X und 45 Schrauben der Größe Y. Pro Monat werden 150 dieser Fahrzeuge hergestellt. Daraus ergibt sich ein Materialverbrauch von 150 Fahrzeugen mal 30 Schrauben der Größe X gleich 4500 Schrauben der Größe X. 150 Fahrzeuge mal 45 Schrauben der Größe Y gleich 6750 Schrauben der Größe Y. Bei der Rückrechnungsmethode werden meistens sogenannte Stücklisten geführt, in denen detailliert aufgelistet wird, welche Materialien für eine Einheit eines bestimmten Produktes benötigt werden. Diese Angaben entsprechen dem Sollverbrauch. Bei vielen Produkten fällt jedoch fast immer ein gewisser Abfall einzelner Materialien an. Daher wird bei der Rückrechnungsmethode häufig ein Zuschlag zum Sollverbrauch hinzugerechnet, um diesen Abfall zu berücksichtigen. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen der Rückrechnungsmethode. Ein Vorteil der Retrograde-Methode ist eine einfache Ermittlung des Materialverbrauchs. Ein Nachteil ist vor allem, dass wie bei der Inventurmethode auch Materialverluste durch Schwund, Diebstahl und mehr Verbrauch nicht ermittelt werden können. Aus diesem Grund wird die Rückrechnungsmethode von Unternehmen nur selten angewendet. So liebe Azubis, das war nun die Podcast-Folge zu dem Thema Rückrechnungsmethode. Wenn auch du eine Frage hast, die du in einer der nächsten Folgen geklärt wissen willst, sende mir sehr gerne eine Nachricht zu. Schaue hierzu auf der Instagram-Seite youngstar-og vorbei oder sende mir eine WhatsApp an 0160 937 50 967. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge wieder dabei seid. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge wieder dabei seid. Untertitelung des ZDF, 2020